Sauber entsteht Vor dir das Meer So unendlich geheimnisvoll Hör auf dein Herz Das die Wahrheit dir sagt Ich hoffe unser neues Haustier macht euch keinen Ärger Ich persönlich vertraue keinen Katzen Das sind wankelmütige unehrliche Dinge Sag doch mal Mieze Katze Bist du genauso wie die anderen deiner Art? Nein natürlich nicht Denn jetzt bist du harmlos Warum bist du nicht bereit? Wie gefällt dir mein Streitwagen? Die Fledermäuse haben ihn mir zu meinem tausendsten Geburtstag geschenkt Er ist wunderschön Er ist stylisch und er ist schnell wie der Blitz Aber nicht einmal mit diesem großartigen Fahrzeug gelingt es mir meine Schattenwelt zu verlassen Dafür benötige ich eine andere Art von Transportmittel Ein Transportmittel mit mehr Feuerkraft Und du hilfst mir dabei eins zu beschaffen oder Mieze Katze? Turm des Schattens, Macht der Nacht Bündle das Feuer das hell erwacht Lass frei die Magie Entzünde die Kerzen Entfache das Feuer in meinem Herzen Ist das alles was du hast? Du versuchst doch nicht etwa Noctura reinzulegen Oder? Mehr Kinder, mehr! Jetzt webt mir Flügel und schon bin ich fort Entfliehe für immer diesem schrecklichen Ort Emily 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 Ist alles in Ordnung meine Liebe? Mhm Der Löwe ist am Leben Gerade noch Er ist sehr schwach Und ich glaube, dass wir kurz davor sind Besuch zu bekommen Ich habe dir eine Fahne Wolle Sagen Die Untertitelung des ZDF, 2020